Hallihallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Together auf dem Community-Server von LP Mirai, natürlich Minecraft. Und da ist wieder der Fnupa, dieser Maruk da. Und ja, im letzten Part habe ich mich mal wieder ein bisschen gedrückt das Haus weiterzubauen, also anfangen überhaupt das zu bauen. Aber diesmal werde ich endlich mal, hoffe ich, anfangen. Ich verspreche hoffentlich nicht zu viel. Ich denke mal, ich werde anfangen. Ich habe jetzt auch genug Holz. Und im letzten Part haben wir ja, oder ich habe über die Geschichte erzählt, wie ich zum Let's Playing gekommen bin. Also, und da waren wir ja, da kam ich auf LP Mirai und Wall-O-Wizard LP. Also, wer das nicht gesehen hat, warte, soll ich hier meine Hauspin bauen? Ich fange einfach, ich habe einfach gerade sporadisch an, fange zu bauen. Warte, warte mal. Es sollte schon parallel, also es sollte schon also, bevor ich gleich weitererzähle, es sollte schon auf dieser Linie sein, finde ich, oder? Es sollte auf der gleichen Linie sein, weil da kommt so ein Kies wie Kind. Soll ich es am besten einfach hier hinten bauen? Ja, mach es einfach, aber ja, mach es mal. Oder? Ach nee, ich baue mal ein bisschen weiter weg. So. Ähm, bin dann auf LP Mirai und Wall-O-Wizard LP gestoßen, habe auch sehr viel geguckt von denen. Ähm, und wollte dann auch anfangen zu Let's Playen, dachte ich, ach, das kann ich auch. Das haben schon wirklich viele schon gedacht, dass solche Leute, gibt es viele. Ähm, zwar habe ich eine junge Stimme, aber ich dachte, komm, mach es so einfach mal. Äh, ich glaube, das ist auch bei vielen Leuten schon so, dass sie erstmal andere Let's Player geguckt haben und dann gedacht haben, ach, fange ich auch gleich mal an zu Let's Playen, bringt doch Spaß. Ich wollte eigentlich schon viel früher anfangen zu Let's Playen, aber da war mir mein schlechter PC im Weg. Den habe ich zwar immer noch, aber ich habe es irgendwie, äh, also, äh, so, irgendwie geschafft, dass es trotzdem ganz normal äh, funktioniert, ohne arg zu lecken. Und, ja, äh, Let's Play jetzt und gucke aber immer noch nach wie vor LP Mirai und Wall-O-Wizard und hab Spaß am Let's Playen, um euch zu unterhalten hier. Gut, das war meine Geschichte. Flubas haben wir ja schon gehört. Ja. Ganz am Anfang, die war nicht so spektakulär und einfach. Ja, ich wollte gerade sagen, die war viel interessanter. Nee, die war, äh, meine war besser. Haha. Aber, äh, äh, also ich, ich finde... Nee, apropos, äh, nee, apropos, ich brauche ein bisschen was zu essen. Dein Haus ist ja mal mega geil, hast du gehört? Nee, ich sehe schon. Ah ja, wir müssen ja auch noch begrüßen. Äh, also, das Haus in den Gäste, davon spricht sie. Und wir begrüßen einfach mal. Also, der Dominik, äh, 1399, ich kann es immer noch nicht aussprechen, ob es 1399 ist, oder irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Dominik, 1399, äh, MrBean00, Fabian123, LP, Marok, also Fnupa, Jonas, Wemeyner, Septemberqueen, und Pokal123. Nochmal an euch ein großes Hallo, oder herzliches Willkommen. Ihr seid dabei, in der Aufnahme. Ihr könnt euch jetzt fame fühlen. Hust, hust. Und Fnupa ist, glaube ich, nicht so der Multitaskingfähige, weil er begrüßt leider nicht. Dabei schreiben und und sprechen. Ich schreibe ja, das reicht ja. Ne? Ich schreibe vor allem sehr niveauvolle Sachen. Ja, das sieht man ja. Also, äh, was ist mal mit Hallo sagen und so vielleicht, so, ne? Ähm, ja. Ja. Hi und so, ne? Ja, genau. Also wirklich, hier, die Tradition. Du machst es kaputt, also Tradition, so in Anführungsstrichen. Und mir ist auch aufgefallen, dass wir, äh, die Parts sehr oft bei Nacht beginnen. Also, dass jetzt die letzten drei Parts passiert. Also, äh, zumindest in dieser Aufnahme-Session. Und. Kann sein. Ja, wie machen wir das denn? Aber das Haus wird so kacke von mir. Also, ich kann auf jeden Fall keine guten Häuser bauen. Du hast auch nicht mal richtig angefangen. Ja, ich kann keine guten Häuser bauen. Es ist so. Und ich hoffe mal, ihr hört das Geboren nicht im Hintergrund, weil es laut, ne, das ist kein Geboren. Das ist draußen vor der Tür, äh, muss irgendjemand ja jetzt Laub, äh, Laub saugen. Nicht Laub saugen, wie nennt sich das Laub, Laub? Ach, ich hab keine Ahnung. Mann, mein Deutsch ist verrostet. Eingerostet. Mann! Also, in letzter Zeit kann ich kein Deutsch mehr sprechen. Ist eigentlich Ausländer von, äh, Geburt an oder so? Nee. Deswegen, ja. So, ich, ich bin hier geboren, ganz normal, aber irgendwie in letzter Zeit kann ich einfach nicht sprechen. Ich, also, also, wenn wir jetzt auch von den Noten oder so her gucken, in Deutsch bin ich sehr gut, da hab ich immer ne Eins. Ich bin allgemein in der Schule, äh, gut, Hust, Hust, Angeber, Zeugnis 1,1, Hust, Hust. Ja, ich, das ist wirklich kaum zu glauben. Ich bin ein Gamer und, ähm, äh, gut in der Schule. Sowas gibt es. Ja, sowas gibt es tatsächlich. Ja, ich weiß, ich bin auch ein bisschen hier, muss ja irgendwie angeben, in meinen Let's Plays. Ich bin ja so Fame. Ähm, äh, 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 äh. Also, ich hab mir jetzt nur noch den, äh, Reusper von, auf den Reusper von Fluba gewartet, aber da kam ja nichts. Also bin ich doch Fame. Ja. Nein. Ich seh mir nur grad dein Gebäude an und mir fehlen die Worte. Was hast du eigentlich in Kunst? Äh, ne Eins. Minus. Aha. Und wie hast du die gekriegt? Habt ihr auch in Minecraft-Häuser gebaut? Das glaube ich eher nicht. Das wäre aber eine gute Idee. Das müsst ihr euren Kunstlehrern mal sagen. Ja, wie wäre es, wenn wir mal alles zusammen in ein Haus im Minecraft machen? Ja, natürlich. Nee, Fnupa, jeder Lehrer ist bestechlich. Das ist einfach... Das ist so. Mir geht übrigens so langsam der Magen aus. Hast du noch was zu Futter für mich? Dann kommst du mir runter. Mann, Frau, was weiß ich? Ja, komm her, komm her. Ich hab auch noch ein bisschen rohes Fleisch. Und ich hoffe mal, ihr hört es jetzt nicht in der Aufnahme, weil auch noch Kinder vor der Haustür spielen. Ach, ich liebe es. Das ist schön, ne? Ja, vor allem so schön in der Aufnahme. Das Schlimmste ist, das ist mir auch schon passiert, also als es noch wärmer war im Sommer, man musste Fenster zumachen, weil die Kinder draußen spielen, aber man schwitzt wie sonst was. Das ist das Schönste. Da gab es gerade einen schönen Bug bei mir. Ich hab was gefressen. Für eine Weile war mein Magen auch fast wieder voll und jetzt ist sie wieder leer gewesen. Okay. Einfach vielleicht nur ein Lag, dein Internet. Und ich finde... Wieso meins? Wieso denn meins? Ja, keine Ahnung. Ich... Weil es einfach kacke ist, so. Auch wenn es besser ist als meins wahrscheinlich. Was für eine Leitung hast du? Was? Was für eine Leitung hast du? Weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da nicht wirklich so gut aus. Das kann ich dazu schon auch mal erklären. Äh, alles hat hier mein Vater eingerichtet, denn der macht das eigentlich vom Beruf her. Und er war zuvor, mir irgendwas zu erzählen, deswegen weiß ich eigentlich gar nichts. Das muss ich mir entweder selber beibringen oder ich hab mal nachgefragt, was wichtig war und so. Das ist nicht so gut, ne? Also, du bist Let's Player, dann musst du dich besser auskennen hier mit Technik. Ach, warte, ich bin Gamer hier. Ich spiele ja nur. Das sieht man. Noch nur zum Spielen hier. Also, fünf... Das muss ja... Äh, symmetrisch. Ne, es sind sechs. Symmetrie ist das A und O und hier ist ein Falt, ein Faltradar. Könntest du mir bitte das Skelett hier von Hals halten, weil es kommt gleich auf mich zu und ich baue hier gerade so schön? Du bist einfach so faul. Ich kümmere mich einfach mal... Obwohl, das Skelett geht doch nicht zu mir. Okay. Dann ist alles gut. So. Also, meine Häuser werden... Also, mein Haus allgemein wird wahrscheinlich nicht schön. Ich bin einfach nicht so der Künstler. Ich kann nicht so gut bauen. Komm, ich... Guck mal, ich rette dich vor dem Skelett, was schon... Äh, dich anvisiert hat. Guck, ich bin nett. Obwohl du es noch nicht mehr... Äh, wohl... Obwohl du noch nicht mehr drum gebeten hast. Ich kümmere mich mal um dein Skelett hier. Vielen Dank. Oh Mann, sind hier viele Skelette gespawnt. Jetzt schon hier wieder drei Stück. Die schießen alle so durch... Wow! ...durch die Gegend. Ich sehe ja nur so einen riesen Pfeilregen. So. Und ich sehe auch, ich habe zwei Bögen. Ich glaube, zwei Skelette... Also, schon vorher hatte ich... Wahrscheinlich... Hat irgendein Skelett... Zwei Ske... Äh, zwei Bögen gedroppt. Also, zwei Skelette haben zwei Bögen gedroppt. Und ich stelle mich gerade auch an. So. Ist das nicht... Hässlich. Das Haus. Komm, das ist doch... Das ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Bitte, Snooper. Ich habe mir gerade... Ich habe mich gerade entschieden, dass ich die Fenster... Äh, auf der Seite, wo ich dein Haus sehen kann, erst mal entferne. Vielen Dank. Da kommen ja auch noch... Ja. Bei mir kommen ja auch noch Fenster hin. Also, halt. Erstmal kommt das Grundgerüst. Das ist noch... Alles gar nicht fertig. Also, das dauert noch bis hin. Also, so hässlich wird es hoffentlich nicht. Ich bin zwar nicht so gut im Bauen in Minecraft, aber... So hässlich wird es nicht. Hoffe ich mal. Das sind zufällig noch zwei Cobblestone ungefähr. Zwei Cobblestone. Drei Cobblestone. Ja, komm her. Los. Ja, komm her. Mann, du brauchst wirklich alles. Ja, komm, komm her. Ja, hier los. Hier kannst du gleich 15 Stück haben. Mann, Mann, Mann. Farms ja nicht selber. Ich muss dir alles geben. Ja, du bist doch der Farmer, oder nicht? Ja, deswegen bin ich auch der Mann. Farmer. Ja, und ich fahre mal hin. Siehst du, jetzt bist du selber gerade ins Fettnäpfchen getreten. Und das war gerade... Leggy. Buggy. Irgendwie so. Ja, ja, jetzt antwortest du nicht. Jetzt ist er... Stumm. Ja, ich muss mich konzentrieren. Ich muss wissen, wo ich meine Treppe hinstelle. Ja, tolle Konzentration. Du bist ja wirklich nicht multitaskingfähig, oder? Also, ich bin ja immerhin in wenig, aber auch nicht so gut. Naja. Ja, bei mir, weiß nicht. Ja. Und wie lange nehmen wir denn schon auf? So 10 Minuten? Ja, das ist... Okay. Noch 5 Minuten, dann würde ich mal sagen, wir enden wir auch langsam. Natürlich werden es wahrscheinlich wieder 10 weitere Minuten, aber egal. Das sieht hässlich aus. Das ist viel zu groß. Ich habe viel zu großes Haus, glaube ich. Hm. Dann ist es viel kleiner. Äh, dann habe ich einfach so eine... Ne, das ist viel zu groß. Gut, ich mache es wieder kleiner. Und du kannst wirklich nicht sprechen und... Ne? So, und konzentrieren. Das ist... Kann ich machen, aber muss ich ja nicht. Doch, du musst dich ja ein bisschen unterhalten. Das ist ja doch ein Together hier. Aha. Ach, ne, das ist jetzt kein Together, aber ne? Du bist einfach nur eine Person, die ich gerade erst kennengelernt habe. Richtig. Und du willst einfach mal... Wolltest einfach mal hier mit in der Aufnahme dabei sein. Genau, ja. Genau. Endlich. Endlich darf ich mal dabei sein. Ich bin Fame. Hoho. Nein, natürlich nicht. Ähm... Was ich auch gerade eben schon sagen wollte... Äh, ich finde es eigentlich gut, dass die... Oder ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe... Äh, dass diese Holzstämme sich so platzieren, wo man auch steht, aber manchmal auch nervig. Wenn man zum Beispiel einfach nur hochbauen will, gerade... Und das ist wirklich ein bisschen nervig. Gut. Mein Haus ist einfach abstrakte Kunst. Sagen wir es mal so. Dann ist es doch hübsch, oder? Bitte? Traur ich mich gleich zu gucken? Äh, ja. Vielleicht soll es doch andere Materialien entnehmen. Ich habe... Ich hatte jetzt... Äh, ja. Keine Hobbys, als ich hier mein Dach hingezaubert habe. Habe ich mal gerade mal eben ein bisschen fantasiert. Du kannst ja mal kommen. Warte mal. Guck mal rüber hier. Ich habe ein bisschen Spaß beim Dach gehabt. Warte ganz kurz. Ich baue hier gerade eine Tür ab und die will einfach nicht. So. Ich muss hier gleich mal ein bisschen noch richtig abfahren. Ja? Was? Könntest du mal rüberkommen ins Haus rein? Joa. Die Tür ist auf der anderen Seite. Ich komme ja schon. Dann das Dach angucken. Immerhin hast du die Tür nicht gelockt. Das kann man ja auch. Ist doch nicht doof. Ah, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Rust. 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 Reusbar. Ja. Okay. Genug der schlechten Witze. Bin ich auch. Deine sind ja noch schlechter als meine. Ähm. Solltest du lachen? Äh. 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 Ich bin ja so lustig, ne? Du räuchst bei sich in letzter Zeit sehr oft, muss ich sagen. Und ich bin irgendwie dumm. Ich verbaue mich die ganze Zeit. Also ich denke gar nicht nach. Ich bin auch nie in Minecraft so der, also der Planer. Also ich plane nicht, wie ich baue. Das ist ein bisschen schlecht. Hast du überhaupt geplant, wie du das baust, oder? Ein kleines bisschen. Aber ich, äh, hab auch Spaß dran. Ich, äh, denke mir jetzt immer was auch. Wie mach ich das? Dann mach ich so und, ne? So spontan nicht. Spontan. Genau. Spontan ist schön. Oh man, ich mag dieses Update jetzt. Also wegen diesen Holzdingern da. Nicht. Ich hasse es. Und wir haben ja uns ja, äh, nee genau, weißt du jetzt schon, seit wann du dabei bist? Du wusstest ja erst letztens nicht, da hab ich dich ja mal gefragt. Weißt du immer noch nicht, oder? Wie, seit wann ich was, äh, wann was? Immer noch nicht, oder? Was ist denn bei dem Minecraft-Spiel? Das weiß ich nicht, ne. Das musst du mal nach, na, muss mal ein bisschen nachdenken. Das interessiert mich jetzt zum Beispiel. Oh, ja. Mich. Ich unwichtiger Junge. Ähm, gehst du mal ein bisschen Fleisch fahren, bitte? Ich? Ja, du. Ich hab hier die ganze Zeit gefarmen. Jetzt kannst du auch mal rum, äh, rumfarmen. Genau, äh, farmen einfach nur. Ich möchte gerne mit meinem Haus fertig werden. Ja, schön für dich. Aber ich möchte auch mal hier ein bisschen was zu essen haben. Ich hab nur sechs, äh, fünf, äh, fünf Fleisch hier. Also, das geht nicht. Und ich hab noch fünf, was gebraten werden kann, aber trotzdem. Hallo, Flupa, du musst hier mal ein bisschen, du bist doch die Frau im Haus. Die besorgt jetzt das Essen. Los. Ja, mach ich gleich. Ich warte mal kurz. Ich muss einmal kurz. Flupa, mein Schatz. Was an? Ja, was gibt's denn? Ja, kannst du mal ein bisschen hier langsam anfangen, hier Essen zu farmen? Das geht gar nicht. Du bist eine schlechte Frau. Und Köchin, auch noch. Super. Ja. Oh, die Farmer. Ich bin gleich soweit. Ich muss nur kurz noch was machen. So, irgendwie, ich baue die ganze Zeit irgendwas, irgendwie kacke. Mann, Mann, Mann. Das wird einfach nichts. Kann dir was, ich kann dir helfen. Also, es gibt eigentlich ein super, äh, ein super Baumaterial, was ich für dein Haus empfehlen könnte. War es Feuer. Das ist die TNT. Aber ein bisschen verbrennt, genau. TNT. Habe ich mir schon gedacht. Also, sowas ähnliches. So, was soll ich jetzt farmen? Fleisch. Was willst du denn so gerne haben? Fleisch. Ja, genau. Rottet ist, kann ich dir geben. Und Holz, bitte noch. Ne, noch mehr Fleisch. Holz. Ich habe dir auch schon Fleisch gegeben, aber du sollst noch mehr Fleisch farmen. Und, wenn du schon dabei bist, komm mal her. Du, Fnupa, wo bist du? Bist du jetzt? Ich bin jetzt schon auf dem Weg, Mensch. Komm wieder zurück. Ja, ja. Bin unterwegs. Wie lange geht die Aufnahme schon? Ja, da wollte ich auch gleich mal schauen. 15 Minuten, perfekt. Also, ich gebe dir jetzt nochmal das Fleisch, was du auch gleich mal braten kannst. Hier, bitteschön. Danke sehr. Das kannst du auch aufheben. Und dann farbst du mal bitte noch mehr und auch nochmal ein bisschen Holz, weil ich habe jetzt genug gefarmt. Bin unterwegs. Und da würde ich sagen, werden wir dann auch mal hier den Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir hoffen natürlich, euch hat der Part gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ciao.